Hallo und herzlich willkommen zu Riders of Icarus. Dieses Mal werde ich euch zeigen, wie man Rogaton den Waisen sich aneignen kann. Um ihn zu zählen, müsst ihr das gleiche Item haben wie bei Logash damals. Das ist die Clone Sageweed. Die könnt ihr wie vorher auch einfach beim Sagecrest die ganze Zeit abfarmen. Musst ihr halt ein bisschen Glück dabei haben. Und dann könnt ihr euch eigentlich auch schon wieder auf ihn drauf stürzen. Gucken wir mal, ob ich ihn beim ersten Mal gezähmt kriege. Ich hoffe schon. Sonst werde ich wieder eine halbe Stunde fahren müssen. Es sieht leicht nach einer Farmerei wieder aus. Okay, damit habe ich ihn. Ja, das war es dann auch schon wieder von mir. Dann wünsche ich euch viel Erfolg und bei Rogaton den Waisen. Bis dann. Ciao. Ich bin's, ich bin's, ich bin's, ich bin's, schon mal. Ich habe mir verrückt. Vielen Dank.